Der Deutsche Maschinen- und Anlagenbau verzeichnete im November 2011 ein Minus bei den Bestellungen von 12%. Im Ausland lagen die Bestellungen 17% unter dem Vorjahreswert vom November 2010, im Inland um 2%. Es ist das erste Minus seit dem Januar 2010, was wir hier verkünden müssen. Es kommt auch nicht überraschend für uns. Wir hatten das in Pressegesprächen auch schon avisiert. Es kommt deshalb nicht überraschend, weil der November 2010 der zweitstärkste Auftragsmonat des Jahres war. Wir haben also eine hohe Würde zu nehmen und entsprechend fällt dann natürlich auch der Vorjahresvergleich schlechter aus. Im Verlauf sieht es besser aus, beziehungsweise nicht dramatisch. Der Auftragseingang liegt ungefähr auf dem Niveau der Vormonate Oktober und September. Man könnte natürlich die Vermutung aufstellen, dass das Minus bei den Auftragseingängen in engen Zusammenhang steht mit der Euro-Krise. Das ist aber nicht der Fall. Die Euro-Auftragseingänge, also die Auftragseingänge aus den Euro- und Partnerländern sind relativ stabil. Leichte Rückgänge, aber nichts Dramatisches. Es liegt einfach daran, der Euro-Raum ist nicht in dem Maße expandiert wie andere Märkte, auch nicht wie Deutschland. Und er hat insofern auch jetzt nicht so starke Rückgänge, natürlich von einigen Ländern abgesehen wie Spanien und Griechenland. Der Rückgang kommt vornehmlich aus Übersee. Und hier insbesondere aus Asien und aus China und aus anderen Entwicklungs- und Schwellenländern oder Länder, die sich industrialisieren. Diese Länder haben auf die Bremse getreten im Sommer letzten Jahres, haben ihre Geldpolitik strenger ausgestaltet, die Zinsen erhöht, weil es dort Inflation gab. Und das sehen wir dann auch in unseren Auftragseingängen. Was wir auch sehen, sind Lagereffekte, lagerabhängige Bereiche, Teil- und Komponenten, sind schwächer in der Entwicklung. Das sehen wir auch in anderen Branchen, beispielsweise in der Stahlindustrie oder in der Elektrotechnik. Unternehmen fahren ihre Lagerbestände zurück, reagieren also auch schon auf die sich eintrühmende weltwirtschaftliche Entwicklung. Wir werden immer wieder im VdMA gefragt, wie hoch der Anteil der Zeitarbeit in unserer Branche ist. Das Thema hat ja auch eine gewisse politische Brisanz. Wir haben deshalb im Herbst letzten Jahres eine Umfrage gemacht, um das Volumen der Zeitarbeit und die Motivation, Zeitarbeiter einzustellen, abzufragen. Wir wissen nun, und das weicht auch nicht sehr stark von früheren Umfragen ab, dass der Anteil der Zeitarbeit ungefähr 6 Prozent der Beschäftigten ist. Das sind 50.000 bis 60.000 Mitarbeiter im Inland. Wir haben ja etwas mehr als 950.000 Mitarbeiter im Inland plus die im Ausland. Dieser Anteil ist leicht gestiegen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen fällt natürlich die Befragung in das Jahr eines wirtschaftlichen Aufschwungs. Dieser wirtschaftliche Aufschwung kam sehr schnell, schneller als von den meisten erwartet. Und insofern haben Unternehmen dann auch verstärkt auf das Instrument der Zeitarbeit zurückgegriffen. Dazu kommen natürlich auch Knappheiten. Man bekommt Facharbeiter nicht so einfach. Man greift also auch hier dann schon mal eher auf Zeitarbeit zurück. Und schließlich ist das Jahr 2011 auch ein Jahr noch der Unsicherheit gewesen, so wie das das Jahr 2012 auch ist. Die Unternehmen wissen nicht, wie nachhaltig der Aufschwung ist. Auch das ein Grund, vermehrt Zeitarbeiter einzustellen. Das Instrument Zeitarbeit ist insofern ein wichtiges Instrument für unsere Flexibilität auf den Märkten, damit wir mit der Konjunktur atmen können. Gleichwohl werden natürlich auch weiterhin auch verstärkt Mitarbeiter eingestellt. Bis zum Schluss, also bis Oktober, haben wir Zuwächse bei den Mitarbeiterzahlen stärker, als wir sie erwartet haben. Und das wird wohl auch noch etwas weitergehen. Und das wird wohl auch noch etwas weitergehen.